Okay, eins nach dem anderen. So, die Waffe haben wir ja bereits. Jawoll, eine schöne Schrotflinte. Bam, bam. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gefällt mir. Ach, komm schon. Bam, fett in den Rücken geballert. Hm. Oh, oder so. Spare ich mir die Kugeln. Oh Mann, immer noch keine Waffen-Mods. Oh, verdammt. Das Spiel, Jungs. Kann man auch zu zweit spielen. Ist fast sogar gar nicht... Och, kommt schon. Das Ding ist jetzt rein zufällig dagegen. Super. Habe ich noch eine Granatverschwende. Aber dafür sah die Explosion stylisch aus. Das war es wert. Scarab, Scarab. Wieso keine Stealth? Scarab. So. Kommt auch noch. Alter, hat jemanden mit so einem Klohäuschen hier killen. Bam. Ja. So sieht es nämlich aus. Wir sind nicht mehr in Amerika. Das sind die Vereinigten Staaten von... Man wird bestätigt. Ja, das sind die Vereinigten Staaten von Macht, was ich sage. Jawoll, endlich mal hier. Oh, verdammt. Habe ich doch. Gut. Ähm, ich würde sagen... Schraube Schalldämpfer. Ja, genau. Genau, bei der Granate schraube ich erstmal einen Schalldämpfer drauf. So, halbautomatisch. Ne. Ähm, Kimmo und Korn gefällt mir besser als Laservisier, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich lasse den Schalldämpfer natürlich drauf. Und warum drücke ich immer auf Escape? Na egal. Musste ich hier jetzt runter? Kann ich ja gleich mal ausprobieren, ob ich damit umgetahnt... Also getahnt bleibe? Nein. Explosieren die Autos? Jawoll. Boom. Jawoll. Gut. Ähm. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Scheiße. Taktische Optionen verfügbar. Ja, dafür ist es jetzt schon ein bisschen zu spät. Alter, ist das ein Autoschlüssel? Was zur Hölle ist das? Alter, voll der Monstro-Autoschlüssel. Kann ich den nehmen? Ah, das ist ein Sammlerstück. Ah, okay. Tau wird aktiviert. Oh, fuck, ey. Genau das wollte ich eigentlich verhindern. Ich wollte das Ding eigentlich runter zu denen donnern. Ja, Jungs. Jetzt bin ich stinkig. Jetzt kriegt ihr ein Auto ab. Haha. Wieder da im Pflog. Wie geil. Ah, ich liebe es. Okay. Haut er jetzt ab. Oh, geil. Bisschen Sound los. Warte. Ich weiß nicht, ob das so gehören sollte. Oh, verdammt. Uiuiuiuiui. Uiuiuiuiuiui. So, verschaffen wir uns erstmal wieder hier in den Überblick. Wieso oft? Das ist schon ein Toter. Oh, guck mal Ach ne, da unten ist nur noch das Fahrzeug Scheiße, dann bringt das ja gar nichts So, da muss doch wohl irgendwo noch Hey, ich seh'n den da doch Wieso Da hinten, da Na, willst du wohl? Geht doch Da ist auch noch einer Da hinten Alter, hier hat's so'n Raketenwerfer und dann einfach einmal Da ist noch ein Pisser Haben die mitbekommen? Haben die mitbekommen Joa, genau Wirft er das Ding da so perfekt hin, ne Oh ja, erstmal schön in die Nüsse Oh, Reflex Hab ich aufgesammelt Jetzt kann ich hier wieder neuen Waffen-Mod draufschrauben Ne, kann ich nicht Okay, warum nicht Ups Jetzt aber Jawohl, Reflex-Visier und den Schalldämpfer Da war ja auch noch drauf Jetzt hab ich nämlich hier schönes Rotpunkt-Visier Ne, wer Modern Warfare und so kennt Weiß, was Sache ist Falscher Alarm Ja, geht mal wieder zurück So, was haben wir denn da Alter, ist das hier ein Gruppentreffen? Oh, verdammt Wir waren natürlich mal wieder im richtigen Moment Mein Magazin leer, ne So, dann komm ich mal wieder von hinten Ja, der sieht mich einfach so, oder was? Am Arsch Wuhu Nice Das war doch ein schöner Kill So, wo ist denn hier noch ein Spacken? Hockt da einer in der Mülltonne und sucht sich gerade seinen Mittag? Ne, der ist quasi direkt unter mir Wow, was war das denn? Alter, Rückzug Zeit für den Rückzug Wow, Alter Wurde ich da auf einmal ein paar Meter zurückgeschleudert? Ach komm Jetzt komm du mir hier doch nicht an Alter Schwede Ich werd noch so oft draufgehen Ich seh's schon kommen Okay Ich unterbrech mal eben kurz Bis gleich So, Entschuldigung Das musste ich gerade mal eben kurz abklären Ich würd sagen Ja, Tarnung rein und Gleich schon wieder ne neue Leiche Die unseren Weg klastert Alter Ja, von hinten auf einmal, oder was? Kleiner Flachwichser hier Ach, weil die jetzt alle hier Verschiedene Aufsätze haben Kann man die nicht miteinander kombinieren Das find ich ja frech Na, Kumpel Ey Ja, genau Ja, Flachwichser, ey Ich hätte da in Deckung gehen sollen, ich YouTube Alter, wo muss ich denn hier wieder anfangen? Wollen die mich hier verarschen? Das ist doch wohl ein Witz Oh Gott, ey Wie ich sowas hasse, ne? Oh, und ich hab auch noch nicht Oh, scheiße, ey Das ist doch kacke Und ein fetten Megatritt Na, Auto abbekommen Oh, verdammt Ne, das war falsch B Wo ist noch einer? Da ist noch einer Dann haben wir da hinten noch den Kollegen Alter, hier ist ganz schön viel Verkehr, ne? Was haben wir denn hier für taktische Optionen Erkunden Hinaufsteigen Oh, da haben wir auch noch einen Flankieren Da kann ich natürlich auch runter Hm Aber ich würde sagen Als allererstes Oh, verdammt Den da drüben hab ich nicht gesehen Das Dammit Damit hab ich jetzt nicht gerechnet Muss ich ganz ehrlich sagen Aber macht nix Der ist eh brei Uh, schöne Sprengung So gefällt's mir Oh, verdammt Alter Schwede Das war einmal grauenhaft Selbst für meine Verhältnisse Oh, guck dir den an Ich geh da lang Alter, jetzt läuft der weg, Mann Ich brauch dringend hier wieder Reflexvisier Ich sollte vielleicht auch mal In Betracht ziehen Ab und zu zu speichern, ne? Ich mein, zur Quicksafe geht ja mal schnell Nein Ich will immer dann Linke Maustaste drücken So Da hinten ist noch einer Was macht der denn da? Was schluckt die Schlampe denn alles? Alter Schwede, ey Oh, ich bin schon unten Cool Okay, dann wollen wir mal sehen Ich will mal gucken gerade Was wir denn hier drüben haben Wieso kann man denn hier hochklettern? Was ist denn da oben? Jetzt erstmal Jawohl Gut, sind wir oben Ah Hier haben wir schon mal Ein Reflexvisier Das ist sehr gut Modifizieren wir das doch gerade mal Hau ich da noch Einen Schalldämpfer mit drauf Alter Und schon wieder Escape gedrückt, ne? Das darf nicht wahr sein So Jetzt habe ich hier eine schöne Schall gedämpfte Mit Reflexvisier Alter, richtig geil So Da sehen wir doch schon einige Gegner Die markieren wir uns doch glatt mal Alter Schwede Gar nicht so wenig Ja Ihr seid Genies, Jungs Ihr seid echte Genies Das war übrigens Sarkasmus Irgendwie voll gar nicht Naja Alter Schwede Das war mal wieder ziemlich riskant von mir Scheiße ey Ich rutsche durch den Boden Ich falle einfach mal durch den Boden So Energie aus Energie an Die kriege ich noch nicht Das muss ich anders machen Dann schauen wir doch mal Ah Erstmal kurz kratzen Und dann Ja Wie komme ich da jetzt am besten hin Da muss ich einmal querfeldeinlaufen hier quasi Ne, das ist nur das Fahrzeug Was da so geblinkt hat So Dann versuchen wir es mal wieder von hinten Ne So Ich würde sagen Hier können wir mal kurz Das Klingt wieder aufladen Einkaufswagen auch nicht schlecht Kann man sich greifen Granaten habe ich verschwendet Alle Na ja War so Klar Ach du Scheiße Stirbschlampe Alter wie schlecht man Wie schlecht Ich einfach nur ziele Ich bin Das war Glücks Treffer Ah Verdammte Dieb noch Scheiße Ke했 Dej